Du weißt, man lernt nie aus. Ja, da kommt Freude auf. Blippi! Hey, ich bin's Blippi. Könnt ihr sehen, was die hier machen? Ja, sie fahren Ski und Snowboard. Heute lernen ihr und ich etwas Tolles über Snowboarden. Wir sind heute in den USA im Mountain Creek Resort in New Jersey und wir werden etwas über Snowboarden lernen. Oh, hey! Wie heißt du? Ich bin Hillary. Oh, was ist das hier? Das ist der Burton Riglet Park. Und was machst du hier? Ich zeige hier Kindern ab drei Jahren, wie man Snowboard fährt. Uh, kann ich ein bisschen zusehen? Ja, natürlich. Okay, los, kommt. Wow, hier kann man bestimmt sehr viel Spaß haben. Oh, kommt mit. Wow, habt ihr das gesehen? Gut, und dann schön bremsen. Ich spreche sie mal an. Was macht ihr gerade? Bei uns lernt Gracie hier das Snowboarden. Hey, Gracie, gibst du mir ein High Five? Uh, au, ganz schön kräftig. Die kräftigste High Five der Welt. Hier, was hast du in der Hand? Das nennt man ein Riglet. Oh, komm, zählt's euch an. Wozu ist dein Riglet gut? Wir verwenden es als einziehbare Leine. Für jüngere Kinder, die gerade Snowboarden lernen. Es unterstützt die Balancefähigkeit. Cool. Und wir können die Länge anpassen. Das ist praktisch, wenn ich zum Beispiel hier drüben stehe. Oder ich mache es kürzer. Und ich kann sie damit leicht über den Schnee ziehen, wenn sie über unsere coolen Stationen hier fährt und das Balancieren und kleine Sprünge übt. Cool. Also, fertig zum Brettern? Alles klar, los geht's. Alles klar. Fertig für die Bodenwelle? Los, wir probieren das mal. In die Mitte. Wer in die Mitte und springt? Ja, gut. Oh, seht ihr das? Das ist ein Snowboard. Ein Kinder-Snowboard. Und seht ihr das hier? Das ist das Riglet. Damit werden Kinder gehalten und mitgezogen. Aha, finde ich gut. Wollt ihr auch mal Snowboarden? Okay, dann geht's los. Kommt. Wow, großartig. Yay! Tala, grind! Oh, ho, 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 das war ein Big Air. Wow, okay, nun ist es Zeit für mich zum Snowboarden. Oh, hey, guckt. Das ist mein Snowboard. Oh, ist das groß. Dann los. Halt, 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 halt. Ich kann nicht snowboarden in diesem Outfit. Kommt mit. Ich brauche einen Schneeanzug. Also gut. Erster Teil der Schneekleidung. Ja. Ein paar Hosen. Ja, hey, alles klar. Ja, hey, alles klar. Und brauche meine Schneestiefel. Wow. Los geht's. Ich zieh sie an. Die sind großartig. Und nicht mit der Socke in den Schnee. Sonst wird sie ja noch nass. Oh, yeah. Wie seh ich aus? Wow. Okay. Trotzdem friere ich noch. Was jetzt? Hm. Oh. Yeah. Eine blaue Jacke. Oh. Die sieht warm aus. Na, dann zieh ich sie mal an. Ja. Sieht mich mal an. Uh. Meine warme, blaue Jacke. Meine grell. Orange Hose. Meine schönen Schneestiefel. Seht doch mal hier unten. Uh. Yeah. Guckt mal hier. Das ist ein Helm. Alles klar. Wow. Seht mal her. Richtig schöner Helm. Helme trägt man, um den Kopf zu schützen. Tragt immer einen Helm. Was ist das? Wahnsinn. Yeah. Eine Skibrille. Wow. Yeah. Bis später, Brille. Ha. Ha. Und zum Schluss kommt noch... ...ein paar Handschuhe. Ha. 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 Ich endlich snowboarden. Okay. Okay. Auf geht's zum Skilift. Yeah. Der bringt uns jetzt nach oben auf den Berg. Zuerst müsst ihr einen Fuß in der Bindung festmachen. Also stellt einen Fuß hier rein. Zieht die Bindung fest. Nochmal ganz feste nachziehen. Und auch den zweiten Riemen. Ja. Es gibt ein... ...zwei Riemen. Alles klar. Jetzt geht's los. Ich bin jetzt gleich dran. Jetzt geht's los. Okay. Jetzt bin ich aus dem Sessellift draußen und mache meinen zweiten Fuß fest. Seht ihr? Einmal hier. Und dann nochmal hier. Für zwei Füße. Okay. Hier sind auch zwei Riemen. Okay. Der erste Riemen ist fest. Und jetzt... Der zweite Riemen auch. Es geht los. Puss. 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 Die Riemen. Die Riemen. Der zweite Riemen. Weiter geht's! Wow, es gibt so viele Skier und Snowboards hier drinnen! Uh, seht euch das an! Es hat die Farbe Gelb! Wow, dieses hat die Farbe Rot! Uh, hey! Und jetzt das hier! Es hat die Farbe Blau! Okay, gehen wir rüber zu meinem Snowboard und tunen es! Wir schleifen die Kanten richtig scharf und wachsen es! Dann kann man ganz schnell fahren! Hey, hier ist es! Oh, zuallererst müssen wir die Bindungen abmachen! Da stellt man die Füße rein! Also hier ist die Oberseite des Snowboards! Und so sieht das Snowboard von unten aus! Seht ihr, dass da Kratzer drin sind? Ja! Wir werden sie jetzt wegmachen, indem wir abschleifen und dann noch wachsen! Also die erste Maschine ist diese Maschine! Sie ist eine Schleifmaschine! Da ist eine Schleiffalze drin und ein Antrieb zum Durchschieben! Zuerst stelle ich das Wasser an! Und jetzt lege ich los! Uuhu! Uuhu! Wieder ganz glatt geworden! Okay, machen wir noch das Wasser aus! super es ist richtig glatt seht ihr es ist doch nass vom wasser und was wir unbedingt machen müssen ist die kanten zu schleifen seht ihr diese maschine diese maschine ist der schleifer hier auf der spule ist sandpapier obendrauf und das schleift die kanten für diese maschine braucht man einen experten also dann suchen wir einen experten hallo hallo das ist philippe er nimmt jetzt das snowboard und schleift die kanten herzlichen dank Tschüss. Tschüss. Okay, nun sind die Kanten so richtig scharf. Jetzt fehlt noch ein bisschen Wachs. Aber zuerst trocknen wir das Bord. Kommt mit. Mit einem Papiertuch wischen wir es ab. Okay, so ist es gut. Und jetzt gehen wir zu einer echt coolen Maschine. Kommt mal mit. Wow, seht ihr das? Das ist ein Schnellwachser. Das hier vorne trägt das Wachs auf. Und das hier hinten, das ist der Polierer. Also, als allererstes nimmt man Wachs. Etwas blaues Wachs. Es kommt auf die Stelle, wo es wirklich heiß ist. Und dann das Snowboard. Wow. Super, nun ist Wachs auf der Unterseite. Und jetzt polieren wir es noch. Also, los. Ohoho. Yeah. Wow. Das Snowboard sieht perfekt aus. Jetzt legen wir es ab. Und montieren die Bindungen wieder drauf. Und nun können wir endlich fahren. Ja, das war großartig. Ja, das war großartig. Wir lassen sie richtig rasen. Los geht's. Wow. 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 Oh, was für ein krasser Abgang. Was gibt es hier noch? Uh, seht mal hier. Hier steht, mal doch dein Bob an. Und hier stehen Buntstifte. Okay, das Wichtigste zuerst. Ja, mein Name. Wollt ihr mir beim Buchstabieren helfen? Ja. B, L, I, P, P, E. Lippie. Gut gemacht, super. Okay, und nun kommen die Farben. Ganz viele Farben. Eine meiner beiden Lieblingsfarben. Orange. Fertig? Wow. Yeah. Das wird ein ganz tolles Board. Okay, meine zweite Lieblingsfarbe ist blau. Bereit? Wow. Wow. Yeah. Okay, nun kommt mein Meisterwerk. So toll. Seht doch mal. Schönes Snowboard. Wow. Na gut. Wow. Was haben wir hier? Uh, sieht wie ein lustiges Spiel aus. Es gibt dafür zwei Würfel. Es gibt dafür zwei Würfel. Einen grünen Würfel und einen gelben Würfel. Okay. Ich stelle mich hier auf ein Snowboard. Und dann werfe ich einen Würfel. Nehmen wir den grünen Würfel. Okay. Die gewürfelte Ziffer bestimmt dann, auf welche Zahl wir die Hände legen. Oh, seht. Der Würfel zeigt die Ziffer 5. Alles klar. Die Nummer 5 ist ein Indie. Und liegt genau hier. Bereit? Wow. Hahaha. Yeah. Juhu. Juhu. Den habe ich gut erwischt. Alles klar. Jetzt kommt nochmal einer. Und? Seht ihr die Ziffer? Ja. Es ist die Nummer 3. Los geht's. Das ist ein Melon Grab. Bereit? Wow. Hier. Genau hier. Wow. 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 Ich hatte so viel Spaß. Hier sind noch Snowboards zum Spielen. Seht's euch an. Dieses Snowboard hat die Farben Grün und Orange. Wow. Wow. Das legen wir zurück. Seht mal dieses Snowboard. Es hat die Farben Rot und Blau. Und ich werde jetzt diese Schaumstoffpads hier hinlegen. Und dann könnt ihr zum Üben kommen. Yeah. So ein cooler Raum. Wow. Wow. Dranbleiben. Seht ihr? Und ihr lehnt euch auf die Fußballen auf die Kante des Snowboards, wo die Zehen sind. Und dann lehnt ihr euch auf die Fersen. Wow. Auf die Kante des Snowboards, wo die Fersen sind. Und ihr könnt tun, als ob ihr fahrt. Balance halten üben. Und geht auf die Kanten eures Snowboards. Wow. Wow. Als ob ich den Berg runterfahren würde. Wow. Okay. Wow. Was liegt hier? Uh. Wow. Das ist ein gelber Spooner. Und das ist ein grüner Spooner. Seht mal, was man damit macht. Ihr legt ihn auf den Boden. Macht einen Fuß hier. Den anderen Fuß hier drauf. Wow. Ihr balanciert auf allen Kanten. Seht ihr? Zehen, Fersen, hinterer Fuß, vorderer Fuß. Und ihr macht ein paar Drehungen. Wow. 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 Wartet mal kurz. Hört ihr das auch? Yeah. Es ist der Spooner-Song. gonna marryen. Ich bin Owen und glaube, das JUST hier zuhören. fiber. Ähm. Die B ich bin. Ähm. Das ist alles. Ich binOSE-Song. Die B ich bin. Nee. Freddie. Untertitelung. BR 2018 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 Hey, ich bin's, Blippi. Und heute bin ich in Chase Field. Ja, das riesige Gebäude ist ein Baseballstadion. Und das ist das Diamondbacks Stadion. Heute lernen ihr und ich gemeinsam etwas über Baseball. Los, kommt's! Oh, ich bin so aufgeregt. Vorsicht, Treppe! Wow! Hey, seht mal da! Das ist der Unterstand. Hier hängen alle Spieler herum, bevor sie an der Reihe sind. Ihr müsst abwarten. Wow! Seht! Wow! Lasst uns die Schuhe sauber machen. Okay, kommt mit! Wow! Seht euch das an! Es ist unbeschreiblich schön! Wow! Und seht da oben! Wow! Wow! Seht ihr das da? Eine Seite ist zu und eine Seite ist offen. Wenn es zu ist, bekommt man Schatten. Wenn es sich öffnet, bekommt man Sonne. Ziemlich cool! Kommt weiter! Wow! Seht mal hier! Das ist eine riesige Kamera! Hallo! Hallo! Diese Kamera wird eingesetzt, dass man alle Spieler sieht, die richtig weit weg sind. Die Spieler im Außenfeld. Das Außenfeld! Wow! Seht nur, wie weit weg das ist! Wow! Und dann das Innenfeld. Wow! Da liegt eine Menge cooler Staub. Und hier drüben... Da ist der Schlagkreis! Wow! Hier stehen die Spieler, wärmen sich auf und schlagen! Wow! Hey! Wer bist du? Hi, Blippi! Hey! Ich bin Luis Gonzalez. Wow! Luis Gonzalez? Und du spielst Baseball? Ja, früher spielte ich Baseball. Jetzt gewinne ich Baseball. Wow! Er gewinnt Baseball! Hast du für mich ein paar Tipps und Tricks? Klar, los, komm! Okay, kommt mit! Okay, zurück zum Unterstand! Wow! Ziemlich cool! Aber Blippi, zum Baseballspiel brauchst du einen Schläger? Oh, ein Schläger! Oh, ein Schläger! Seht ihn euch an! Ziemlich cool! Und einen Helm! Oh, einen Helm! Super! Okay! Einen Ball! Oh, einen Ball! Wow! Und einen Handschuh! Oh, und einen Handschuh! Oh, richtig cool! Und jetzt? Jetzt gehen wir zum Übungsplatz, dort spielst du Baseball! Alles klar! Na los! Danke! Wow! Wow! Was ist das für ein Platz? Blippi, das ist unser Übungsplatz. Hier zeigen wir dir, wie man schlägt. Oh, das ist der Übungsplatz, sagt er. Eine kleine Version des Baseballfelds und ich lerne jetzt, wie man schlägt. Bist du bereit? Yep! Oh, was soll ich machen? Das ist ein Tee. Okay, ein Tee! Jetzt nimmst du den Schläger. Okay. Okay. Nein, nicht so, Rupplippi. Okay. So rum. Oh! Nimm die Hände zusammen. Okay. Und jetzt? Yeah! Seht euch das an! Legen wir einen Ball auf das Tee. Okay. Und du schlägst. Okay. Es geht los! Wow! Okay. Ich versuch's nochmal. Okay. Helm wieder auf den Kopf. Lass die Augen am Ball, Blippi. Okay. Augen auf den Ball. Wow! Yeah! Home Run! Juhu! Okay, das hat Spaß gemacht. Danke! Blippi, sieht aus, als wärst du bereit, das Fangen zu üben. Uh, Fangen! Okay, alles klar. Oh ja, mit dem Handschuh fangen. Okay. Das nehm ich ab. Das zieh ich auf. Nein, Blippi. Der Handschuh ist für die Hand. Oh, der Handschuh ist für die Hand. Oh ja! Es geht los. Ich bin bereit. Okay. Geh da hin. Okay. Okay. Bereit? Bereit. Wow! Verfehlt! Okay. Was mache ich falsch? Am besten fängst du den Ball mit dem Handschuh. Oh, der Ball muss in den Handschuh. Okay. Alles klar. Ich versuch's nochmal. Bereit? Ja. Super! Oh, oh, oh. Yeah! Geschafft! Oh, oh, oh. Das war Wahnsinn. Danke, dass du es mir beigebracht hast. Blippi, du bist jetzt bereit für die große Liga. Oh, die große Liga. Was bedeutet das? Wohin gehen wir? Aufs große Feld. Gehen wir in die Kabine, um uns vorzubereiten. Okay, dann los. Oh, oh. Wow! Was ist das hier? Hey, Blippi, das ist die Wurfmaschine. Oh, die Wurfmaschine. Wozu ist die gut? Sie hilft dir, das Schlagen zu üben. Oh, hilft mir, Schlagen zu üben. Wie funktioniert das? Man legt den Ball in die Maschine. Wow! Das war cool. Zeigst du es nochmal? Klar. Oh, habt ihr das gesehen? Wenn man den Ball hier reinlegt, wird er durch die Drehung ganz schnell herausgeworfen. Und dann, was mach ich jetzt? Du gehst ganz nach hinten. Okay. Alles klar. Bin bereit. Okay, Blippi. Es geht los. Gut gemacht. Yeah! Haha. Oh. Das klang nach Home Run. Yeah! Ich hoffe, du hast noch eine ganze Ladung für mich. Habt ihr es gesehen? Ich habe nicht getroffen. Oh, was mache ich falsch? Deine Augen müssen am Ball bleiben. Okay. Yeah! Erwischt! Wow! Das war Wahnsinn! Toll gemacht, Blippi. Yeah! Danke vielmals. Du bist bereit für die große Liga. Wow! Alles klar. Und jetzt? Nun wird es Zeit zum Aufräumen. Aufräumen? Das klingt lustig. Wow! Hier liegen ganz schön viele Bälle. Okay. Es ist ziemlich wichtig, gut organisiert zu sein. Alles einzusammeln. Und hinter sich aufzuräumen. Wow! 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 Seht mal all diese Bälle. Das hat Spaß gemacht. Ich räume jetzt nochmal auf. Wow! Hey, habt ihr das gesehen? Da steht der Übungsplatz. Wow! Guckt euch das an. Der Übungsplatz ist ein Ort, an dem Kinder wie ihr spielen könnt. Im Diamondback-Stadion. Wow! Das ist großartig. Oh hey, seht. Es gibt auch eine Wildkatze hier. Hallo, Wildkatze. Miau. Miau. Oh, es ist eine Rutsche. Kommt mal mit. Wow! Okay. Es geht los. Wow! Wow, das war cool. Ich rutsche gleich nochmal. Wow! Okay. Hier entlang. Oh, das ist cool. Es geht los. Wow! Wow! Und seht mal. Während ihr spielt, könnt ihr sogar das Baseballspiel sehen. Hallo da unten. Hallo! Das ist super. Wow, was ist das? Wow! Hallo! Hey, was macht ihr denn da unten? Seht, es ist ein Baseball-Handschuh. Ja, ein Handschuh. Wow! Ich hab den Ball. Wow! Hui! Ich krabbel mal durch. Hallo! Hey! Das macht so viel Spaß! Wow! Hey! Das macht so viel Spaß! Ich werde so müde! Von all dem Spielen! Oh! Oh! Wow! Seht ihr, was ich sehe? Kommt her! Da! Da ist eine Wildkatze da hinten! Hohoho! Lasst uns mal hingehen! Wow! Ich bin so aufgeregt! Eine echte Wildkatze! Hohoho! Los, kommt! Wow! Wow! Seht! Hey! Wie geht's dir? Lass dich umarmen! Wow! Das ist Baxter! Und Bax Baxter ist das Maskottchen von den Diamondbacks! Wow! Und was bist du? Oh! Das ist eine Wildkatze! Bist du eine Wildkatze? Miau! 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 Oh! Ist das dein Haus, Baxter? Wow! Richtig cool! Seht's euch an! Wow! Was ist das? Oh! Da steht Baxters Maus! Hallo! Wo bist du? Oh! Sie scheint gerade nicht hier zu sein! Mäuse lieben Käse! Ist die Maus dein Haustier? Oh! Das ist ziemlich cool! Gibt's dir Käse? Mäuse lieben Käse! Oh! Apropos Essen! Seht mal da! Ist das dein Kühlschrank? Oh! Das ist Baxters Kühlschrank! Ist dein Lieblingsessen auch dabei? Wow! Leckeren Fisch! Also, Fisch in Baxters Mund! Wui! 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 Ah! 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 Und hier ist eine rote Tür! Ah! Ah! Und durch sie kommt man dann in dein Haus? Ah! Ah! Ziemlich cool! Ah! 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 Wie der ist mit dem Baseball-Tanz? Alles klar, okay. Stell dir vor, du nimmst einen Schläger. Genau. Und dann tanzt du einfach. Yeah! Wie cool wächst er! Woohoo! Woohoo! Wow! Was ist das? Wow! Ist das dein Fahrrad? Wow! Das ist das Fahrrad von Baxter! Das ist richtig cool! Zeigst du mir, wie du damit fährst? Okay! Wow! Wow! Okay! Wow! Wow! Seht, wie Baxter fährt! Wow! Okay, dann bis später! Bye-bye! Bye-bye! Oh-oh-oh-oh! Hey-he-hey! Wow! Seht mal die Sitze! Wow! Es gibt so viele Sitze im Stadion! Aber hey! Ich hab ne Idee! Zählen wir sie gemeinsam! Okay! Da hinten fangen wir an! Okay! Wir zählen in dieser Reihe die Sitze! Bereit? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Wow! 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 Ganz schön viele Sitze in dieser Reihe! Okay! Für die Gesamtanzahl der Sitze im Ganzen! Stadion! Nehmen wir diese Reihe und multiplizieren sie mit der Gesamtanzahl aller Reihen! Okay! Mal zählen! Wow! Okay! Okay! Insgesamt sind es 48.618 Sitze im Stadion! Ja! Das stimmt! So viele Sitze! Wow! 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 Baseballfelder sind so cool! Wow! Kommt her! Ganz schön viel Gras! Wow! Wow! Hey! Wisst ihr, was es bei jedem Baseballspiel gibt? Ich zeig's euch! Ja! Es ist da hinten! Wow! Yeah! Popcorn! Wow! Seht euch das ganze Popcorn an! Wow! Wow! Okay! Jetzt können wir das Spiel ansehen! Hohohoho! Wow! Hey! Ich will euch noch etwas zeigen! Kommt mit hier rüber! Wow! 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 Wow, so cool. Von hier wird ihre Show gesendet. Da steht eine Kamera. Wow, hey, kommt mit hier rüber. Wow, hey, wie heißt du? Hallo, ich bin Kate Longworth. Oh, schön dich kennenzulernen. Schön dich kennenzulernen. Und was machst du? Ich bin Reporterin. Ich gehe runter und rede mit den Baseballspielern. Und dann kommt es im Fernsehen, damit es die Leute zu Hause sehen können. Wow, was ist das für ein Ding? Das ist ein Mikrofon. Wenn ich da reinspreche, können mich die Leute zu Hause hören. Oh, hallo. Hört ihr mich? Sogar wenn du flüsterst, hören sie dich. Hallo. Und, hört ihr mich? Das ist albern. Cool, danke, dass du mir alles gezeigt hast. Klar, auf jeden Fall. Komm vorbei und ich schicke dich runter für ein Spielerinterview. Wow, cool. Hi. Hi, Mom. Okay. Hey, kommt mit hier rüber. Wow. Seht mal da. Eine riesige Kamera. Hey, wie heißt du denn? Ich bin Rusty. Was machst du? Ich bin Kameramann. Ich mache Videos von Kate und ich mache Videos von den Spielern, wenn sie spielen. Oh, wirklich? Wie ein kleiner Tipp. Sei wirklich nett zu ihm. Dann bringt er dich gut rüber. Oh, habt ihr das gehört? Das ist Unsinn. Ja, cool. Danke, dass du uns deine Kamera gezeigt hast, Rusty. Jederzeit. Okay. Wow, hier ist noch jemand. Wow, hallo. Hey, was machst du? Hey, ich bin für die sozialen Medien zuständig. Was wir für das Fernsehen machen, stellen wir auf Facebook, Twitter, YouTube und Instagram. Wow, das ist wirklich cool. Hey, seht. Er ist am Handy. Während der Arbeit. Das geht gar nicht. Außer man ist er. Alles klar. Danke fürs Plaudern. Oh, seht. Da oben sind Leute. Wow. Da sind so viele Leute, die uns beim Filmen zusehen. Es muss ziemlich nervenaufreibend sein, ständig vor der Kamera zu stehen. Nun, am Anfang schon. Aber wenn man übt, macht es richtig Spaß und man hat überhaupt keine Angst. Ah, okay. Übung macht den Meister, sagt man. Wow, seht mal hier. Es gibt einen Miniatur-Hundepark hier. Es gibt hier sogar einen Platz für Hunde. Hey, kommt mit rein. Wir treffen Sadie. Wow, kommt herein. Wow, hey. Bist du Sadie? Hi Sadie. Wow, habt ihr gesehen, wie hoch sie gesprungen ist? Hi Sadie. Ich bin Glippi. Wie geht's dir? Hast du hier Spaß? Ja? Wie ist dein Name? Sarah. Uh, das sind Sarah und Sadie. Beide Namen beginnen mit dem Buchstaben S. Okay, rennst du mal vor uns herum, Sadie? Na komm. Wow. Wow. Wow, das war ein richtig großer Sprung. Wow, gut gemacht, Sadie. Yeah. Wow. 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 Einen Pool, da drüben und einen Whirlpool. Wow. Man sitzt hier drin und guckt das Spiel. Wow. Es ist so heiß hier in Arizona. Wow. Hey, wir hängen die Füße in den Pool zum Abkühlen. Wow. 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 Kommt mal her. Seht auf das Feld. Seht mal, wie grün das Gras ist. Oh. Und die Leute da hinten wässern das Gras. Hallo. Hahaha. Wow. Okay. Kommt mit. Wow. Ich bin so aufgeregt. Mir ist so warm. Das ist genau das Richtige. Okay. Zuerst die Schuhe ausziehen. Ein Schuh. Und hier ist der zweite Schuh. Zählt mal mit. Eins. Zwei. Ich hab ja auch zwei Füße. Alles klar. Okay. Oh. Eine Stinkesocke. Und zwei Stinkesocken. Ich hab ja auch zwei stinke Füße. Okay. Erst die Hose hochkrempeln. Perfekt. Okay. Und jetzt eintauchen. Das fühlt sich gut an. Ich hoffe, jemand schlägt einen Homerun. Boah. 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 Hey. Seht's euch an. Das ist ein Pulpinkars. Es ist richtig süß. Ja, man fährt damit zum Beispiel die Spieler raus aufs Feld. Und das Stadion ist so groß, dass man damit überall hinkommt. Super schnell. Okay, ich muss los an Dr. Evil abholen. Hohoho, hier sehen wir, wie die Spieler sich aufwärmen. Wow, richtig cool. Hey, seht mal da. Uh, ein Spielplatz. Und das Stadion rockt. Wow, kommt mal. Wow, seht. Wow, wir sind so weit oben. Eine tolle Aussicht. Okay, und jetzt rutschen wir runter. Okay, wir kommen. Wee! Oh, hey. Ich warte auf einen Choro-Dog. Ihre Spezialität. Hier für dich, Lippie. Oh, danke dir. Hohoho, wie sieht's aus. Echt voll lecker. Okay, lasst uns hinsetzen. Hohohoho. Wow, seht doch mal. Sie wärmen sich auf. Okay, nehmt doch Platz. Uh, der Platz ist gut. Okay. Wow, seht. Das Dach ist geschlossen. Wisst ihr noch vorhin? Da war es offen. Ja, und alle Spieler machen sich warm. Okay, jetzt probieren wir aber mal den Choro-Dog. Hohoho, hohoho. Ja, mhm. Wow. Der ist so gut. Das wird ein Spaß. Das ist so ein Spaß, hier zu sein. Oh, Mensch. Habt ihr auch Spaß? Yeah. Hey, ich bin auf dem Feld. Und seht mal, wer da ist. Wow, hallo. Yeah. Wow, ein paar meiner Freunde. Wow, sie sind alle gekommen. Hallo. Hallo. Manche von ihnen sind angezogen wie ich. Das ist so cool. Wow. Okay, ich muss den allerersten Wurf machen. Ich ziehe besser das Trikot an. Wie sehe ich aus? Yeah, seht mal da. Uh, 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 uh. Okay. Hey, na dann, sind alle bereit? Das ist der ideale Ball für den Wurf. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Vorher warm machen. Mögt ihr den Look? Gefall' ich euch ganz gut? Ja, ich bin so nervös. Ich hoffe, ich werfe so weit bis zum Catcher. Das war ziemlich gut. Oh, Baxter fängt gleich den Ball. Okay, legen wir los. Das ist unsere Chance. Das ist unsere Chance. Das ist unsere Chance. Ja, habt ihr es gesehen? Ich warf ihn direkt zu Baxter. Und ich denke, das war ein Strike. War das ein Strike? Ich strike euch alle raus. Juhu! Juhu! Wow, das war so ein Spaß, etwas über Baseball zu lernen. Hattet ihr auch so viel Spaß? Yeah, echt cool! Nun, das ist das Ende dieses Videos. Aber noch viele andere meiner Videos findet ihr dann, wenn ihr Blippi eingebt. Buchstabiert ihr meinen Namen mit mir? Na dann! B-L-I-P-P-I Blippi! Gut gemacht! Bis dann! Macht's gut! Los, kommt alle her! Lernen ist nicht schwer! Blippi! Juhu! Heute sind wir beim Las Vegas Mini Grand Prix! Juhu! Seht mal hier! Das sind Go-Karts. Und das ist ein grünes Go-Kart. Das ist ein rotes Go-Kart. Und das ist ein blaues Go-Kart. Ich bin so aufgeregt! Das ist ein rotes Go-Kart. Ich bin so aufgeregt! Und das ist ein rotes Go-Kart. Das ist ein Jahrgang, woanders rein? Ich bin so aufgeregt! Und das ist ganz gut, ich bin so aufgeregt! seht mal die zwei go karts das sind meine zwei lieblingsfarben dieses go kart hat die farbe und das go kart hat die farbe ja jetzt zeige ich euch die teile eines go karts oh hey seht mal da ja das ist ein go kart so das wichtigste an go karts ist sie haben alle vier felgen und reifen seht hier das sind felge und reifen sie sind sehr klein so süß also das ist unser erstes rad das ist das zweite unserer vier räder das hier hinten ist das dritte der vier räder und das ist das letzte unserer räder es ist das vierte unserer räder oh seht mal hier ja das ist die stoßstange sie sorgt für eure sicherheit wenn ihr wo dran oder rein fahrt in etwa so wie ich okay wow oh seht mal hier hinten hier das ist der spoiler sie bauen spoiler an go karts und super schnelle autos denn es erschafft einen abtrieb und gibt in etwa drei millionen pferdestärken zusätzlich wow echt schnell seht doch mal hier das ist der motor des go karts es hat einen luftfilter zündkerze schalldämpfer öl und so viele andere dinge nun damit der motor all seine power kriegt benötigt er benzin so wie ihr und ich essen brauchen braucht das go karts es auch genau hier und hier ist der benzin tank wow ich glaube ihr und ich sollten vielleicht mit benzin das go karts betanken zum schutzhandschuhe tragen nichts wie los wow okay den stutzen hierhin und auf füllen wow 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 das buchseiden ist jetzt schön voll so den deckel wieder drauf oh ja gut festdrehen dann das go karts anschalten oh hier drücken dann ziehen wir kräftig am starter seil 3 2 1 Ein bisschen fester diesmal... Noch etwas fester diesmal... Yeah! Gut gemacht! Wow! Okay, also das Teil hier, das ist der Sitz unseres Go-Karts. Hier wird dann der Fahrer. Ja, ähm, ich hier! Hier werden wir sitzen heute. So, rein in den Sitz. Wow! Ja, ich mag das hier. Okay, das Wichtigste zuerst beim Benutzen eines Go-Karts. Ja, vorsichtig sein, Sicherheitsgurt anlegen. Wie in einem Fahrzeug, jedem Fahrzeug, sollten wir angeschnallt sein. Okay, jetzt geht's los. Uh, und hier unten? Seht ihr es? Das Bremspedal müssen wir drücken, um das Fahrrad zu stoppen. Wow, wow! Und das Pedal hier rechts... Wow! Das, ja, ist das Gaspedal. Damit fahren wir vorwärts und rückwärts. Und das hier ist das Lenkrad. Wow! Damit lenkt man das Go-Kart. Es geht los! Es geht los! Das, ja. Das geht los! Das geht los! Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, das Go-Karten macht so viel Spaß! Das Coolste an Go-Karts ist, es gibt viele verschiedene Karts, wie das von gerade und dann gibt's noch diese hier. Seht doch! Seht mal das! Dieses Go-Kart ist so klein! Das ist witzig! Oh, hier gibt es eins, das können wir zusammen fahren. Wow, yeah! Das grüne Kart ist doch ein Prachtstück! Okay, wir machen es jetzt an. Also, denkt daran, zieht eure Handschuhe an und dann kräftig ziehen! Yeah! Wow! Das Coole an den kleinen Go-Karts ist, dass jeder, der einen Meter oder größer ist, fahren darf! Wow! Wow! Und glaubt mir, ich bin größer als ein Meter! Das Wichtigste zuerst! Ja! Die Sicherheit geht vor! Also müssen wir uns anschnallen! Schön festziehen! Okay, jetzt zum Gaspedal! Es geht los! Wow! 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 Ohohoho! Gibt's denn sowas? Ich bin reingekracht. Aber da Go-Karts nur vorwärts fahren können, muss man das Teil hier benutzen. Wenn man wo rein donnert, weil man nicht mehr vorwärts fahren kann. Hier! Es ist eine Eisenstange mit einem Haken am Ende. Wow! Wow! Okay, seht's euch an! Drunter einhaken. Ein bisschen ziehen. Wow! Das ist schwer! Okay! Yeah! Jetzt kann die Fahrt weitergehen! Na dann, los! Das war ein Riesenspaß in diesem Go-Kart! Oh, aber so langsam wird es wirklich Zeit für die großen Karts! Wow! Oh, seht doch mal hier! Wow! Das ist ein Besonderes für große Kinder! Ja, es ist so leistungsstark! Es ist so kraftvoll, es musste extra aus Frankreich importiert werden! Uh! Und seht mal da unten! Yeah! Dieses Go-Kart hat LED-Frontlichter! Und seht mal hinten! Und es hat sogar Rücklichter! Könnt ihr sie sehen? Und tritt man auf die Bremse... Ja! Dann sieht man die Bremsbeleuchtung! Wow! Dieses Go-Kart hat eine enorme Power! Ich muss 16 Jahre alt sein und eine gültige Lizenz haben! Also bei mir trifft beides zu! Yeah! Also das bedeutet, wir dürfen es starten! So! Den Schalter auf andrücken und kräftig ziehen! Wow! Man hört die enorme Power gerade zu! So! Wir setzen uns auf den Sitz und wir schnallen uns gut an, eben weil es so viel Kraft hat! Wow! Ich bin etwas nervös! Aber das wird ein Riesenspaß! Alles klar? Alle bereit? Jetzt geht's los! Das Go-Kart ist so schnell! Wo-Kart 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 ist so schnell! Wow! Wow! Haha! Das war ein Riesenspaß, etwas über Go-Karts zu lernen. Nun, das ist das Ende dieses Videos. Aber noch viele andere meiner Videos findet ihr dann, wenn ihr Blippi eingebt. Ja, Blippi, buchstabiert ihr meinen Namen mit mir? B-L-I-P-P-I-Blippi. Okay, bis demnächst. Hey, ich bin's, Blippi. Hier im Tierheim von Pasadena leben viele Tiere, die vielleicht ein neues Zuhause brauchen. Ich kann's kaum mehr warten. Kommt schon. Okay, jetzt sind wir in dem Shop, in dem man Leckerlis, Spielzeug und Futter und vieles mehr für alle Haustiere hier kaufen kann. Okay, was gibt's hier alles? Uh, ja! Jeder Tag ist Katzentag. Das ist lustig. Hier fressen die Katzen ihr Futter. Oh, was ist das? Wow, Spielsachen! Wow! Das steht Lammkotelett. Uh, und das ist ein kleiner Fisch. Ich wette, das ist ein ganz tolles Kätzchenspielzeug. Denn Kätzchen lieben es, mit Fischen zu spielen. Okay. Uh, Kisten. Toll! Wenn du dein Haustier mal in der Öffentlichkeit transportieren musst, dann... ...wirst du es wahrscheinlich in einer Kiste wie diese hier mitnehmen wollen. Guck, hier ist es auf Reisen wirklich gut aufgehoben. Uh, Leinen! Wow! Hier hängen total viele bunte Leinen. Diese Leine hat die Farbe Rot. Uh, und diese Leine hat die Farbe Pink. Uh, ich wette, die Farbe kennst du. Ich habe diese Farbe immer an. Ja, das ist die Farbe Blau. Uh, kommt doch mal hier rüber. Wow! Das ist eine schöne Farbe. Yeah! So lebendig und kraftvoll. Und das ist die Farbe Pink. Uh, yum! Noch mehr Leckerlis. Oh, aber warte mal. Das hier sieht aus, als wäre es für... Ich kriege die Tür nicht mehr auf. Hey, Dosenfutter, kommt! Uh, Katzenfutter. Oh, Futternäpfe. Das sind Hundenäpfe. Uh, kommt mal mit. Wenn ihr zu Hause einen Hund oder eine Katze habt, dann kennt ihr diese großen Pakete. Ja, da ist eine Menge Fressen drin. Huh? Und das ist wahrscheinlich für Hühner. Vielleicht ist das aber auch nur Fressen mit Hühnergeschmack. Wer weiß. Uh, und Leckerlis. Ja. Seht mal hier. Das sind Leckerlis. Und Hunde lieben die. Wir kaufen die Leckerlis jetzt und verfüttern sie dann an einen Hund. Kommt! Uh, darf ich euch vorstellen? Das ist der prächtige Timmy. Uh, und habt ihr das gesehen? Timmy hat eine Fliege. Seht mal, auch ich habe eine Fliege. Aber meine Fliege hat die Farbe Orange. Und Timmy's Fliege, siehst du die Farbe? Wow, Timmy. Timmy's Fliege hat die Farbe Rot. Wow, das ist eine wirklich coole Fliege, Timmy. Hey, erinnert ihr euch noch an die Leckerlis? Ja, Timmy liebt sie. Hey, Timmy, hier ist was Leckeres für dich. Ein Leckerli. Yum. Timmy liebt diese Leckerlis. Das ist vielleicht so ähnlich wie für uns... Ähm... Ein leckerer, knackiger Salat. Oder vielleicht auch ein bisschen wie... Ein Stück Pizza. Yum. Du bist ein Lieber, Timmy. Hier habe ich noch eins. Das Letzte. Uh, okay. Lasst uns jetzt mit Pierre und Panther spielen. Da sind sie. Hey! Guckt, der Kleine hier ist Panther. Hallo, Panther. Hm, so süß und so zart. Hallo. Seht? Oh, so süß. Okay, dann lasst uns mal Pierre Hallo sagen. Hey! Uh! Oh! Oh, hey! Oh, hey! Ich frage mich, ob sie Geschwister sind. Könnte schon sein. Sie sehen sich so ähnlich. Hey! Oh! Da drüben habe ich ein paar Spielsachen. Kommt mit! Oh, wie sie das finden werden. Hey! Tsk, tsk, tsk. Oh, okay. Willst du spielen? Oh, scheinbar nicht. Hey, willst du spielen? Mit dem Tennisball? Achtung! Oh! Oh! Okay, los geht's. Oh, du willst das hier? Wie wär's? Wie wär's? Damit! Die sind so süß. Und was habe ich hier? Ein kleines Kätzchen. Das Kätzchen ist ganz verschlafen. Ich glaube, es ist gerade aufgewacht. Das ist so schön, wenn man sich mittags einfach mal zum Ausruhen hinlegen kann. Und genau das hat das Kätzchen gerade gemacht. Ich frage mich, ob das Kätzchen was geträumt hat. Ja, was ist das? Wow! Das ist ein Katzenspielzeug. Hey, Kätzchen! Hey, Kätzchen! Ich glaube, es will im Moment gar nichts spielen. Obwohl, Katzen total gerne spielen. Es ist wichtig, mit Haustieren zu spielen. Genau! Kitty, 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 kitty! Kitty, kitty, kitty! Das ist lustig! Oh! 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 Oh, hier sind so viele Katzen. Seht mal, wie die hier. Hi, Kätzchen. Hi, Kätzchen. Uh, und hier sind noch mehr. Oh, wow. Viele sind am Schlafen. Oh, hey, seht's. Hi. Hi. Uh, was hast du da? Das ist Pumpkin. Pumpkin ist eine der Katzen, die ein neues Zuhause suchen. Sie ist eine wundervolle Katze. Und sie kam zu uns, weil sich niemand um sie gekümmert hat. Und wir hoffen sehr, dass sich jemand findet, der sie mit nach Hause nimmt. Oh, wow. Kann ich Pumpkin streicheln? Ja, kannst du. Hey, Pumpkin. Hey, Pumpkin. Oh, Pumpkin ist wirklich klasse und total süß. Hey. Ist sie nicht hübsch? Ja, und wie? Die grünen Augen. Oh, so hübsch. Super. Mach's gut. Tschüss. Oh, das Kleintierhaus. Bin gespannt, welche Tiere hier wohnen. Kommt mit. Wow. Das ist ein toller Raum. Uh, guckt. Hallo. Es pennt. Aber da drin ist ein Meerschweinchen. Oh, das ist lustig. Gut. Oh, und was ist hier? Oh, hallo, Vogel. Oh, es ist ein Vogel. Schön. Cool, cool. Süßer Vogel. Oh, seht. Der Vogel war weiß. Und das ist ein weißer Hase. Wow. Guckt euch den Hasen mal an. Hey. Ich hab ein Spielzeug für euch. Es ist hier drüben. Wow. Ich möchte euch meinen Hasenkumpel vorstellen. Ha. Okay. Oh. Wo bist du? Hey, Kumpel. Oh, da ist er. Hey. Hey. Der flitzt hier rum. Hey. Hallo. Hasen haben wirklich große Ohren. Oh. Okay. Kumpel, hey. Wie geht's dir? Oh. Richtig weich. Und die Ohren sind groß. Okay. Tschüss. Juhu. Das war großartig. Yeah. So viele süße Tiere. Okay. Das war toll. Bis bald. Ein Haus, der ist ein guter Freund. Wenn du es brauchst, ist es für dich da. Heiter dich auf, wenn dein Tag mal schlecht war. Und wenn du willst, spielt es mit dir. Hund, Hund, Atze, Hase und Ratte. Das sind die Haustiere. Schildkröte und Goldfisch und Schlange. Das sind die Haustiere. Haustier, 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 es ist mein bester Freund. Dümmer dich um die Haustiere. Haustier, Haustier, es ist mein bester Freund. Du musst sie füttern und säubern. Manchmal musst du ihnen sagen, was zu tun ist. Sitz wie du sitzt. Mit manchen muss man Gassi gehen, mit anderen kann man reden. Und der Käfig muss sauber sein. Spinne und Vogel, Ameise und Wurm. Das sind die Haustiere. Pony und Frosch, Hamster und Igel. Das sind die Haustiere. Haustier, Haustier, es ist mein bester Freund. Dümmer dich um die Haustiere. Haustier, Haustier, es ist mein bester Freund. Alle zusammen singt mit. Haustier, Haustier, es ist mein bester Freund. Dümmer dich um die Haustiere. Haustier, Haustier, es ist mein bester Freund.